Yo! Hier ist euer BA17. Heute bei mir zuhause natürlich, mache ich eigentlich nie. Also eigentlich tue ich meine Videos immer in einem Studio drehen, aber heute zwischen 20 und 21 bin ich mal heute daheim natürlich. Ich wünsche euch alle natürlich ein frohes neues Jahr auf 2021 und ich hoffe, dass ihr alle jetzt gesund bleibt natürlich auf jedenfalls. Hoffen natürlich alle, auch die Politiker, dass nichts passiert am Silvesterabend oder in der Nacht. Also natürlich sind wir auch in öffentlichen, wo wir jetzt in der Stadt wohnen, in der Innenstadt sind zum Beispiel, dürfen natürlich nicht geböllert werden. Natürlich nur in Dörfern, aber wir werden halt nicht konzentriert eigentlich. Aber ich wohne natürlich auch im Ort und ich tue natürlich auch um Punkt 0 Uhr natürlich auch böllern und ihr natürlich bestimmt sicher auch. Alle hoffen natürlich, aber das wird bestimmt auch nicht so sein, dass 2021 so bleibt wie 2019. Es wird bestimmt weiter gehen mit Corona-Virus 2021 wie 2020. Wir hoffen, dass, ich hoffe natürlich, dass ihr alle natürlich gesund bleibt auf jedenfalls. Ich trage natürlich alle Masken natürlich und ich wäre auch froh, wenn ich irgendwie in den Bus einsteigen kann oder im Zug, dass ich da keine Maske brauche. Ja und einfach gut und gründlich die Hände waschen oder definitiv auf jedenfalls und ja. Und ich wünsche noch mein Kamerateam, mein Managers, meine Bodyguards natürlich. Und ich wünsche natürlich allen ein frohes neues Jahr und dass sie allen natürlich gesund bleiben. Natürlich nur. Und euch natürlich hier draußen die Leute, die meine Videos natürlich feiern oder die auch nicht meine Videos feiern. Und die, die wir ja natürlich auch abonniert haben, die wünschen natürlich auch viel, viel, viel Gesundheit. Mir wünscht auch keiner eine Gesundheit, aber das ist mir egal. Ich bin immer gesund, natürlich. Jetzt im Winter ist es halt scheiße, natürlich. Ja, aber der jedenfalls hat es alle gesund und startet natürlich alle 2021 hinein, rutscht alle mit hinein. Und ja, übertreibt es einfach nicht. Ähm, was ich vorhin gerade gehört habe, ähm, es könnte auch Geldstrafen, glaube ich, geben. So zwischen 500 Euro, glaube ich, keine Ahnung. Das habe ich vorhin mitgekriegt, nur. Ja, also, das wollte ich einfach nur sagen, ein frohes neues Jahr. Rutscht schön rein, äh, gut rein. Ja, und bleibt einfach cool und gesund einfach. Ja, also, euer BA-17 und abonniert mich auf jeden Fall weiterhin. Danke für die 205. Ich bin schon froh, dass ich dieses Jahr noch 205 bekommen habe. Ich dachte, ich wäre immer noch bei 100, ähm, 195. Aber, da sind dann noch ein paar dazu gekommen, natürlich. Danke an die, wo mich auf jeden Fall abonniert haben. Und es wird 2021 richtig heftig sein. Natürlich. Richtig heftig. Es kommt auf allem, was noch so läuft mit Corona. Aber dann kommen richtige heftige Videos natürlich. Oder ihr schreibt mir einfach hier in die Kommentare oder immer. Bei manchen Videos könnt ihr auch hinter, ähm, unter, in den Kommentaren schreiben, was ihr für Videos sehen wollt. 2021 natürlich, ne? Ich habe schon viele Videos rausgebracht. 2020 habe ich schon 40 oder 41 Videos rausgebracht. Ja. Aber ich muss halt ein paar löschen. Telefonstreich muss ich leider löschen. und meine Vorstellungen. Ja. Aber ich musste manchmal auch mein Lachen verkneifen im Video. Man soll einfach lachen. Und ich hoffe, die Menschen, die jetzt angefangen haben mit YouTube, macht einfach weiterhin mit YouTube weiter. Die Abonnenten kommen auf jeden Fall. Das glaube ich mir auch am Anfang auch so. Dass die Abonnenten noch so wenig sind auf 20 oder auf 25, die steigt. Ich bin schon froh, wenn ich 205 habe. Und ich hoffe, die anderen auch dann. Aber dafür müsst ihr auch viele Videos rausbringen und lustig hören. Mich könnt ihr auch natürlich einladen beim Videodreh. Natürlich. Ja. Mit mir ist es eigentlich immer witzig. Meine Managerin und mein Manager und mein Kameramann und Kamerafrau Die lachen sich immer hinter der Kamera. Lachen sie immer. Das hört man manchmal bestimmt. Aber ja. Euer Beatezin wünscht euch ein frohes neues Jahr. Und startet rein. Euer Beatezin bleibt auf der Seite gesund. Ich bleib auch gesund für euch. Und ich bin immer für euch da. Schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram. Und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Auf jeden Fall. Und es wird lustig. 2021. Danke. Ciao. Euer Beatezin bleibt im Start für euch. Ciao.